Musik Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Deadly Premonition 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir können uns nochmal ganz kurz unsere Mission anschauen. Besuch, sehen Sie nach, wer an der Tür ist. Da wir in der letzten Folge ja hier in dem Raum soweit alles gemacht haben, alles untersucht haben, alles angeschaut haben, würde ich sagen, machen wir das jetzt auch direkt mal. Und ich finde immer noch dieses Ding hier ein bisschen seltsam, dass es hier in so einem Hotelzimmer steht. Was auch immer das zu bedeuten hat, eventuell kriegen wir es irgendwann noch erklärt. Aber öffnen wir jetzt erstmal die Tür und schauen, wer sich dort befindet. Ah, ist das der Koch? Hey da, Chef. Was ist das? Chef, was du über sprachst, Herr? Ich bin der Koncierge... Okay, oh, sorry. David... Oder ist das... Ich habe gehört von unserem Chef, dass du willst, die Sprache über unsere Stadt zu lernen lernen. Ja, ich habe gehört, dass Lucare ist French, aber... ...durch hat es einen besonderen Sprachen? Warum, ja, Herr, natürlich hat es. Ein sehr klar, logischer Sprache. All names haben meanings. Würdest du wissen, was das bedeutet? Ja. Ja, so würde. Jolly good, Sir. Dann, allow me to explain. Lucare means square in French. Ah. Und? Das ist es. Okay. Das ist es. Yes, that's it, Sir. Do take a gander at the town map in the lobby if it fancies you. It's beautiful, valuable and old. I'm sure you'll understand once you see it. Now, please excuse me, Sir. If you ever need anything, please don't hesitate to ask. Ist der Concierge jetzt die gleiche Person wie der Koch, nur er behauptet, er sei eine andere Person? Oder... Did you see that, Zach? Ja. That was clearly David. Not a twin, not a split personality. Just the work of a true professional. It's bizarre, but I can understand it. Remember what they say. The job makes the man. Naja, also... Ich glaube auch, dass es die gleiche Person ist. Aber ich würde tatsächlich auch nicht hundertprozentig ausschließen, dass es ein Zwilling ist, weil das kannst du nie ausschließen. Sehen Sie sich in der Hotellobby den alten Stadtplan von Le Carré an. Le Carré. Okay. Okay, ich dachte gerade, das Spiel hat sich aufgehängt. Aber nee, wir haben hier eine Zwischensequenz, die ist durch die Tür. Wahrscheinlich jetzt die Treppe am Spiegel vorbei. die Eingangshalle führt. Das ist halt, das ist auch einfach wieder der alte Soundtrack. Ja, das ist halt wirklich, da spürt man Nostalgie, da spürt man Geschichteleihe. Das ist ein Gemälde, aber wir sollen mit dem Gemälde reden, also, okay. Warum nicht? Das ist ein Gemälde, das ist ein Gemälde. Das ist ein Gemälde, das ist ein Gemälde. Ähm. Ähm. Mach das. Dieses Gespräch findet gerade nur in Yorks Kopf statt, oder? Genau. Ja, genau. Ja, genau. Ever since mankind got their hands on civilization, they zoomed away at a frightening speed. Zoomed away from what? Wah, ha, 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 ha. You know the answer. As for me, just call me Hoon-Gang. Hoon-Gang, okay. Hoon-Gang. The title given to a leader in a certain religion. Is that what you are? Do you comprehend the Oracle? The Oracle. Put on your religion hat, Zack. Here we go. Fill ten maidens in the Shrine of Hunger. Find the Flying Serpent in the Ambiguous Zero. Dance with the Flying Serpent, and you will glimpse the other world. Ten maidens and an ambiguous Zero. Got it. But what do you mean by other world? Follow the Oracle. Is that just a Nebenmission, or...? Okay, okay, das Bild sieht so aus, und York hat das alles sich wahrscheinlich eingebildet, in seinem Kopf gesehen. Like we've already taken our first step into chaos. But such is our duty. We need to accept the chaos, let it inside, then carefully dismantle it piece by piece. And after we put all the pieces back into their rightful places, the truth will reveal itself. Let's capture the truth, and present it with a shiny pair of silver bracelet sack. Zack, here's another perfect symbol of the human condition. Hunting Trophies. And it's a buffalo hunting trophy. Now that's a surprise. I've seen several Trophies made out of human skin, but never a buffalo's. As a mensch? Moment, ich habe schon mehrere Trophäen aus... Okay. Okay. Looking at him brings out this strange feeling from within me. Yes, the very same feeling I got when watching a certain film from 1984, directed by Peter Hayams. 2010. The last scene in that film filled me with such a sublime majestic feeling. It was filled with everything that was missing from the finale of 2001, a space officer. Just talking about it makes me want to watch it again. Let's watch it once we get home. Promise, Zack. Okay. Kann ich mir noch irgendwas anderes anschauen? Was... Das ist... Irgendwie... Das Ganze hier hat auch ein bisschen was von Kuba, finde ich. Irgendwie wie das Hotel aussieht mit dem... mit dem... mit diesem Tabak, ähm... Geruch und diesem... diesem Charme dieser Bilder hier. Das hat alles was so 60er, 70er Jahre Kuba. Auch mit diesem Voodoo. Das ist... Okay, Voodoo ja nicht unbedingt. Aber mit so Obskuritäten. Das sieht auch alles aus wie so... wie so klassische schöne Filmposter. Night Fog. Dieses Rot-Weiß. Gut, dieses Bild, das würde ich jetzt keinem sozialistisch-kommunistischen Stil zuordnen, aber das auf jeden Fall. Das ist auch schön... Max Enns... Maxons... keine Ahnung. Das ist auch eine sehr schöne Fotografie. Schwarz-Weiß kann man immer gut machen. Gut... Leute denken Schwarz-Weiß ist halt immer einfach schlecht oder billig oder so. Aber Schwarz-Weiß Fotografie... Also Schwarz-Weiß in Film oder Fotografie zu machen ist nicht... Also dass es schön aussieht ist nicht unbedingt einfach. Weil um Schwarz-Weiß gut zu machen musst du halt Beleuchtung und alles sehr sehr gut machen und sehr gezieltes einsetzen, damit du halt gute Kontraste in dem Schwarz und dann auch wirklich verschiedene Flächen und Farbgebung ein gutes Endprodukt rausbekommst. Deshalb Schwarz-Weiß ist nicht immer so einfach, also das gut zu machen. Also gerade wenn das Leute heute machen... Und hier so eine Obstschale und hier... Wer auch das immer ist, ist würde ich sagen gleich der Hotelgründer. Who knows? Schauen wir uns noch ein bisschen um. Ah, da haben wir auch noch ein Bild. Hier erstmal Basen... Frankenstein became Dracula. Okay, das ist immer ein interessantes... Und... Okay. Da ist jetzt die Frage, ist mit Frankenstein Frankensteins Monster gemeint oder ist wirklich mit Frankenstein Frankenstein gemeint? Weil dann gibt es ja immer noch Frankensteins Monster und Frankenstein wurde zu Dracula. Und... Ah, das ist auch so... Oh, ihr seht ihr die... Wenn ich dieses Filmposter sehe, das ist so ein richtig schönes, klassisches 80er, 70er Jahre Filmposter. I like it. Ich mag dieses Hotel sehr. Wir haben ja hier einen Gast, mit dem wir nicht interagieren können. Wir können auch tatsächlich hier nochmal speichern. Ah, ich finde es so schade, dass die Animation weg ist. Irgendwie das... Das nimmt irgendwie mir schon was weg. Also es war immer cool, wenn er den Hörer abgenommen hat. Welchen Speicherplatz nehme ich denn? Ich nehme einfach mal den. So, können wir hier mit wem interagieren? Und auch hier diese bunten Teppiche. Sind das Perser? Ne, das sind nicht wirklich Perser... Ne, das sind keine Perser-Teppiche. Aber trotzdem dieses bunte... Das haben... Mir gefällt sofort der Charme dieses Hotels. Diesen Säulen hier. Also... Wenn ich nicht wüsste, dass wir in den Südstaaten, in Le Carré sind, könnte ich mir auch vorstellen, dass wir auf Kuba sind. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Was sollte ich nochmal... Moment, da ist die Tür. Ich soll ja aber wahrscheinlich nicht zur Tür... Sondern ich muss ja das Bild finden, richtig? Wir können jetzt kurz nochmal andere Bilder... Ich liebe ja so Details, mir in Spielen anzuschauen. Vielleicht nervt das euch, aber wir können ja mal ganz kurz hier rüber schwenken. Was es hier so schönes gibt. Dieses... Das ist nochmal ein schönes Bild. Das auch. Das hat... Moment... Ist hier jetzt was? Moment... Das war vorher noch nicht da. Können wir uns auch noch was kaufen. Butterkeks ist neu. Chocolate Chip Cookies ist neu. Und ein Donut ist neu. Äh... Fein gebackener Donut macht relativ satt. Macht etwas satt. Macht nur minimal satt. Äh... Ausstieg macht nur minimal satt. Dann kaufen wir uns einfach mal ein Donut. Weil Donuts sind echt eine leckere Angelegenheit. Also ich mag Donuts sehr. Kaufen wir uns mal unten ein Cookie. Einfach weil Cookies auch lecker sind. Und Butterkeks können auch sehr lecker sein. Aber ich muss ja aufpassen, dass ich nicht mein ganzes Geld hier für Essen rauswerfe. Oh, ein schönes Blumengemälde. Ja, aber ich bin nicht so der allergrößte Fan von so einfach Naturblumenbildern. Ich finde das muss dann schon ein bisschen mehr... Ein bisschen mehr künstlichen Stil haben. Sowas hier zum Beispiel. Da sieht man, dass da... Ich wollte gerade sagen, der Hintergrund hat ein bisschen was Van Gogh mäßiges mit diesen Strichen. Aber es ist nicht wirklich so. Aber auch sehr schön. Hier haben wir... Die Karten schreit ich mir gleich an. Ein paar Bäume. Okay. Nochmal hier Personen. Nochmal das gleiche Blumengemälde. Okay. Moment, kann ich hier rein? Ich kann hier rein. Hier ist es die Toilette. Ob es ein Restaurant oder ein Hotel ist. Die Schlage, um deine Kunden zu schmerzen, ist, wie du deine Toilette präsentierst. Ich bin sicher, dass du das gleiche fühlst. Was hast du gesagt? Wenn man in einem Hotel ist und die Toiletten dreckig sind, dann... Ist sofort das Hotel. Einmal bei einem... Ich war mal mit meinen Eltern im Urlaub in Griechenland auf Rhodos. Und da waren... Und... Baderaum, die Toiletten waren nicht sauber. Und das war der Punkt, wo halt... Alles vorher war noch nicht so super geil. Das Zimmer, die Betten, das war... Aber die Toiletten, da war eine Grenze erreicht. Das war dann... Also dann... Ne, ne, ne. Da sind wir dann... Ein anderes Gebäude. Es könnte sogar Trumpen, den wir in dem Haus in Austin sahen. Erinnerst du? Die Kunststücke, die da auf dem Display benutzt, hat die natürlichen Kurven der menschlichen Rippen in so einem novelen Weg. Okay. Habe ich ihn jetzt weggedrückt, aber... Gut, wir sehen ja unten im Untertitel, was er sagt. Ich muss das immer mit A drücken, das ist ein bisschen nervig. Aber, ganz ehrlich... Oh Gott, wie schlecht sieht der denn in dem Spiegel aus. Richtig verpixelt. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist teilweise schlecht... Ist schlechter... Also... In der Performance sowieso, aber sieht teilweise auch schlechter aus als der Diplomation 1. Kann hier aber ansonsten nichts machen. Ich kann nicht rein. Hier ist... Wenn ich gedacht habe, kann man vielleicht dran drehen oder so. Aber, ne. Okay. Moment. Wo bin ich denn jetzt hier? Ach, ich bin woanders, als ich... Ach, stimmt, ich bin auf der anderen Seite. Hier haben wir nochmal Vasen. Ähm... Kann ich auf... Moment. Moment. Moment, ist das die Frau... Ja, die Frauentoilette. Ähm... Das... Ich mag auch minimalistische Bilder sehr. So alles ist rot und so in der Ecke. Also ein asymmetrischer Minimalismus hier. Was irgendwie... Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was die da tanzen. Irgendwie... Südamerikanisch. Schön, schön. Dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal die Karte von Le Carré an. Und das finde ich auch immer so schön. So schöne alte, klassische Uhren. Vier Prospekte, aber gut. Let's go. City of Le Carré. Ich denke, ich beginne zu verstehen, was unser Koncierge was zu sagen. Ja, weil die... Weil die ja... Wahrscheinlich ganz im napoleonischen Stil. Oder nach Hypodamosomie lädt. Es ist nur ein anderes Symbol der Menschens Obsession mit moldigen Natur, um unsere eigenen Regeln zu befinden. Ja, es ist halt ein großes... großes Quadrat. Karte freigeschaltet. Nice. Jetzt habe ich auch die Karte. Ich hoffe die Karte ist nicht ganz so schlimm. Zack. What did you think of Hungans Oracle? Despite all the dramatic build-up, it's little more than a childish riddle. Heartwarming, really. Exactly the kind of feeling one gets from the good old fashioned countryside. Entschlüsseln sie das Orakel. Now let's start by tracking down those ten maidens. The Oracle gave us a place and an act. We need to go to the shrine of hunger and fell ten maidens. Now where in this town can one satiate their hunger? The hotel and where? And the ten things that need to be knocked down. Simple, right? The answer is bowling. The shape of the bowling pin was based on the feminine form. The ten maidens are the ten pins. But a place where someone can both eat and bowl at the same time. I'm skeptical as to whether we'll be able to find such a place in a backwoods town like this. We're in a restaurant. Restaurant Alexis. I don't know what Casa Pineapple is. Is that the hotel? Wahrscheinlich ist das Hotel wo wir sind. Wizzaiwache. Der Park. Gehen sie in den Ort aus dem Orakel. Im Schreien des Hungerns bringt er zehn Jungfern zu Fall. Hm. Also am ehesten würde ich halt sagen das Restaurant Alexis, weil das halt Essen ist. Andere Sachen können ja einfach, aber ich weiß ja nicht was passiert wenn wir falsch liegen. Ja. Alexis's Diner in Lane. Äh, mach ich jetzt. Achso. So genau hab ich jetzt nicht geschaut, aber es stimmt, da hat recht man sieht da ein Pin. Ich hoffe wir werden da ein paar Cajun-Cuisine und ein Bowl. Vielleicht sogar beide gleichzeitig. Schönes Job, Zach. Ich wusste, dass du ihn findest. Jetzt für die andere Orakel. Da ist kein Flying Serpent auf dieser Map. Kann es sein, eine Kontraille? Oder vielleicht ein Dragon? Ich bin sicher, dass wir später wissen. Erstens, wir wissen, wo wir müssen gehen. Do you know, was das Ambiguous Zero represents? Zero is usually treated as a base number. Aber unter what conditions would a base number be ambiguous? Die Antwort ist Temperatur. Zero degrees Fahrenheit ist minus 17,7 degrees Celsius. Und zero degrees Celsius ist 32 degrees Fahrenheit. Es wäre schwer geimpft, um ein ambigütes Zero zu finden. Ähm. Die Frage ist. Wird unsere Zero referiert als Celsius oder Fahrenheit? Lass uns einen Moment denken. Wir sind in Louisiana. Welches Messungssystem benutzen wir hier in Amerika? Auf jeden Fall ist das CNC-Geschäft. Mit welchem Tipp gibt es MyHof-Fahrenheit? Also, wenn es Fahrenheit ist. Ups. Also ich kann halt auf diesen Bildern kaum was erkennen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr lustig, Zack. Okay, dann halt nicht. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich weiß die Antwort. Ja. Naja. Ja. Das weiß ich ja schon alles. Wenn jemand stirbt, Friedhof. Sehr lustig, Zack. Okay. Jetzt ist es Zeit, um es ernst zu kommen. Du wirst schon wissen, dass du das. Dann der Kühlhaus, okay. Kühlhaus. Ich habe das Kühlhaus gesagt. Ich dachte es mir schon, aber warum habe ich es nicht sofort gemacht? Ich dachte sofort an das Kühlhaus. Also zum Glück nehme ich das hier auf. Deshalb ist dann nämlich der Beleg, ich habe an das Kühlhaus gedacht. Das muss sein. Und eigentlich war klar, das Kühlhaus war. Das Kühlhaus war ja auch schon jetzt vorher ein Thema, wo die Leiche dann später gefunden wurde, also in der Gegenwart. Und auch mit diesem blazenden Sonn im Skal, können sie die Temperatur unter der Kühlhaus festhalten. Sei jetzt ehrlich, Zack. Ich wusste die Antwort wirklich von Anfang an. Es ist halt no, no joke. Es ist schon ein Genie Francis York Morgan. Und wie ist das Hohngan? Was ein mysteriöser Charakter. His Oracles may end up determining wie viel Zeit wir in dieser Stadt spenden. Oh, darf man in der Hotel-Lobby rauchen? Sorry, Boss, but this is a smoke-free hotel. If you're dying of smoke, head out the entrance and you'll find a smoking area in the rear parking lot. Don't tell me. You're the Bell-Ball. At your service, Boss. Okay. Okay. Are you good friends with the concierge and the chef? Eh, we work at the same place, yeah. But, uh, I can't really say whether we're good friends with each other. We're all professionals, though. Nothing more, nothing less. I believe we've struck gold here, Zach. It just screams deep south, actually. No, it doesn't. This is all his charm. So, if I want to smoke, I should go out the entrance and around to the rear parking lot. Badabing, badaboom! Das sind interessante Übersetzungen. Badabing, badaboom mit... Sie haben es geschnallt zu übersetzen. Dann hätten wir einfach Badabing, badaboom lassen können. Also, wir haben jetzt eine neue Mission. Mission Nummer 12. Moment. Aber wir haben zwei noch. Wir haben die Mission Minusgrade. Erstmal suchen sie im Kühlhaus von Clarkson Foot Delivery Service nach einem Ort, an die Minusgrade herrschen. Okay, das Kühlhaus. Und werfen sie im Alexus einen Strike. Okay. Moment, hier kann ich noch mit jemandem reden. Reden wir noch mal hier mit David. Hey, Boss! Wie kann ich im Service sein? Reden. Ein richtig nettes Hotel haben sie hier, David. Danke, Monsieur. Ist unser ganzer Stolz? Das glaube ich gerne. Persönlich bin ich ja ganz stolz aus Skrom Erdgeschoss. Haben sie schon gesehen? Die Deko ist von mir. Wenn nicht, sollten sie unbedingt mal einen Blick reinwerfen. Ach ja, und die Duschen hier sind auch nicht von schlechten Eltern. Was meinen sie? Na, weil wir hier in den Südstaaten sind. Und wenn man so viel schwitzt wie wir, hat man seine Dusche auch immer gerne mal etwas strammer. Das klingt ja ausgezeichnet. Ich werde mich gleich heute Abend davon überzeugen. Okay. Ähm. Ich war ja eben schon in der Toilette, aber vielleicht hat sich da jetzt irgendwas verändert, dass sich irgendwas andrücken. Ach, ich kann nicht mehr sprinten. War ich gerade... Also, deine Ausdauer ist nicht die beste, Franz, äh York. So, wo... Welcher Deko hat er denn hier gesprochen? Ich sehe hier, also... Ich finde, eine Toilette kann kaum weniger dekoriert sein als das hier. Oder? Naja. Vielleicht auch Südstaaten-Humor. Würde nochmal gerne hochgehen auf die andere Seite. Ich glaube, da war ich noch überhaupt nicht. Oder war ich hier doch schon? Ich glaube, ich war in dem Automaten schon. Aber wir haben hier nochmal ein schönes Bild. Okay, ich hoffe, man kann das Sprinten upgraden. Ich hoffe, man kann das Sprinten upgraden. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir uns auf. Wo gehen wir zuerst hin? Bowlingbahn oder in... 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 das Kühlhaus? Ich würde ja fast sagen, wir gehen, ähm, zuerst... Bowlen. Oder? Sollen wir zuerst bowlen? Ich glaube, ich würde lieber zuerst bowlen gehen. Oh, also die Ladezeiten jetzt auch wieder mega lang. Das ist... Okay, das ist jetzt schon eine sehr Ladezeit. Ich hoffe, das wiederholt sich nicht bei jedem Hineintreten in ein Haus. Ich meine, dieser Baum ist schon... ist schon ganz schick mit den roten Blättern. Aber... Okay, also jetzt ist hier mal langsam Deadly Premonition. Äh, liebes Spiel, sag mir nicht, du bist abgestürzt. Bei Deadly Premonition, ich habe halt immer noch die Angst von Deadly Premonition 1 in mir, dass das Spiel andauernd abstürzt. Ne, es lädt immer noch. Okay, das war einfach eine sehr lange Ladezeit. Okay. Okay. Drehung, auf 4.7 times greater chance Ich weiß, dass es mehr möglich ist, als das Asbestos-Poisoner zu bekommen. Der Risiko von Lung-Kanzer ist eigentlich viel höher als das, was du denkst. In fact, es ist klein, als compared zu heart-Disease, Stokes und Pneumonia. Wir sind immer mit einfachen Weg zu sterben. Ja, you know, some people even get randomly struck by lightning and die right there on the spot. Then I reckon you also know that second-hand smokers have 1.3 times greater the risk compared to smokers? Of course. So you won't mind paying the damages when I die of lung disease? How about writing that in a contract for me? You got a pen, right? Weiß nicht, ob man diesen Augen Emotionen erkennen sollte, aber da war halt einfach nichts. Er unterschreibt wirklich? Okay. Okay, York. I promise to protect you from all the evil in our world. Well, that's stupid. By the way, what's your name? FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, just call me York. That's what everyone calls me. Um, is something wrong with you? Adults ain't supposed to act like that. I only asked for your name so I can write it on the contract. You should have been able to figure that out if you're a real FBI agent like you said. Come on, sign here. Right here on the paper. Ah! Just as I thought, Zack. This contract paper, it's a Saint Rouge wrapper. Saint Rouge is here, too. This must mean that Saint Rouge is connected to the Lees Clarkson murder case somehow. Now, this is a sprawling case that spread across the entire South. It's within our jurisdiction, Zack. We'll need to steal the right to investigate from the local authorities that wants. By the way, Miss. What's your name? Patricia Woods. But I gotta write my name myself. Or else it won't be a real signature. Patricia Woods. Aber ich mag die, die, äh, nah, also die Einblendung, die von. Tell me, Patricia. Does this town have a sheriff? Or is it under the jurisdiction of the nearest city police? Perfect timing. Well, go on and steal it if you want it. I was just thinking about how this is way out of my dad's league. Thank you for the information, Patricia. Okay, Zack. It's time to get to work. How should we seize control from the sheriff this time? Ich denke die ganze Zeit an Deadly Premonition 2, weil das Deadly Premonition 2 findet ja erst nach, äh, Deadly Premonition 1 findet ja nach Deadly Premonition 2 erst statt. Tutorial Grundlagen. Bevor sie mit ihr Ermittlung beginnen, gilt es erst einmal, sich mit der grudeligen Steuerung vor Ort zu machen. R ist Sprinten. Okay. L drücken ist Ducken. R ausweichen bei gezogener Waffe. R, Z, R ist Nahkampf. Kamera bewegen und roten Raum betreten. Was ist ein roter Raum? X ist roter Raum betreten, was auch immer das heißt. Ähm, ja, okay. Moment. Okay, das ist Nahkampf. Ähm, ja, hier ist schon mal das allererste. Die Framerate in der Open World, die ist nicht sonderlich hoch. Ich glaube ihr seht's, das ist alles ein leichtes Geruckel hier. Ähm, das liegt an diesem wunderbar und perfekt programmierten Spiel Deadly Premonition 2. Ähm, damit müssen wir leider klarkommen. Also es gibt verschiedene Dinge, also die Framerate ist so um die... Keine Ahnung, mal so 15, 16 Frames in der Open World. Wenn man mit dem Skateboard dann fährt, teilweise glaube ich dann sogar noch geringer. Ähm, reden wir jetzt erstmal hier mit... Oder klingeln wir beim Sheriff Le Carre County Lieferwagen? Was zur Hölle ist das hier? Äh, die Stadt ist so weird. Ich, ich, ich liebe es jetzt schon. Melvin Woods, okay. Aber sie hat Schramm. Ja, folks are already busy spreading gossip about how some FBI agents come to town. Now, uh, I reckon you came from the city. What was it? D.C., L.A., or New York? Anywho, in the city? It's normal not to know who your neighbor is. Feller who moves in next to you could cook up a dozen folks in his backyard and no one would bat an eye. That's the city for ya. Now, I never lived in one myself, but I visited him a few times, so I know what it's like. All pigs must die in the city of wolves. Yeah! Now, does that sound badass or what? I bet you'd... Hey! I know, I know, CLG. I'm just trying to make a little small talk, that's all. Anywho, round these parts, everyone knows each other's name. So lots of folks get leery when they see an étranger like you. And since it's my duty to protect the town, I thought I'd stop by and say hello. Zach, it looks like this sheriff is quite the happy-go-lucky type. A clear indication of just how peaceful this town is. Melvin, about the Elise Clarkson case. I knew you were here for that case. Can't put one past the FBI. Mm. So they even got eyes on the smallest of towns like us, huh? Mm-mm-mm. Our world is filled with information, and it's all within their grasp. FBI, the Federal Bureau of Investigation. Die denkt sich auch nur... Oh man. The Elise Clarkson case is connected to a top-secret case that we've... I know, I know. If you're fixing to take the lead, then go right ahead. We're just the humble sheriff of a tiny little town. Okay. Is ja richtig kooperativ. Stop my neighbors from beating the piss out of each other, and listen to old folks complain. Honestly, this whole murder case has been weighing me down. So I'm gonna give you my full cooperation. Okay, das ist unerwartet, aber ich nehm's gerne. Well, Zach, that was anti-clifant. I didn't even get to use my secret weapon. Nee. Einfacher als gedacht. Melvin, there's a cold storage warehouse on the southern end of town, isn't there? I'd like to get permission to enter it. Say what? You wanna see where the body's being kept, right? Oh, I get it now. Lisa's body, yeah, yeah. Now, uh, that's what I call a special agent. You already figured that much out. But, uh, hmm, I'm not too sure that, uh, going down there at this point is really gonna help much, you know? Explain it yourself, Daddy. That's incredible. I don't believe this. Amazing. Did you hear that, Zach? They put the body in a cold storage warehouse. This is fantastic. Insanely fantastic. R-r-r-really? Well, how about that? Well, all right, then. I'll head on down to the warehouse ahead of you and make sure we get permission to search it. Sounds good. The management company only keeps the warehouse open during certain hours, so you'll have to come during those hours. I ain't looking to create any further disturbances. So be on time. Got it? Come on, let's roll, CLG. I'm gonna walk home, Daddy. I still got another stop to make. Oh, if you say so, sweetie. She's a real sharp one, as you can see. So I try to stay out of her way. Well, all right then, York. I'll see you at the warehouse. Okay. Dann mache ich wahrscheinlich vorher erst den Bowling-Ausflug und dann danach den Abstecher beim Kühlhaus. Okay, da oben wird mir das jetzt angezeigt. Ich habe, okay, Moment, also, ich habe immer noch meine zwei Missionen, Minusgrade und Restaurant Alexus. Da unten habe ich die Minimap, die hilft mir aber nicht allzu viel. Was war jetzt nochmal X? Der rote Raum. Roter Raum. Roten Raum stehen in folgenden Menüs zur Auswahl. Notizbuch, Etui, Karte, Einstellung, Hauptmenü, Album, Handbuch, Personalien, Diagramm. Okay, also so wie in der Diplomation 1. Ähm, okay, was haben wir? Personalien. Skateboard, okay, da haben wir die ganzen Sachen. Stempel, was sind Stempel? Hunde erlegen. Eiche, 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 Eiche Hier finden Sie Ziele und Fortschritte, Fortschritte sowie Details zu all Ihren Missionen. Sehen Sie hier nach. Sollen Sie einmal nicht weiter wissen. Der Verlauf der Ermittlungen wird als Baum dargestellt, während Aufträge sowie Nebenjobs in Form einer Liste angezeigt werden. Okay. Ah, okay. Also das haben wir jetzt gecleared. Und dann haben wir hier noch ein Fragezeichen. Hier haben wir halt das Bowling-Ding und da haben wir das... Okay, das ist ganz cool gemacht. Zumindest hilft es der Übersichtlichkeit. Karte, ähm, und was war im Etui? Etui können Sie Gegenstände benutzen oder wegwerfen. Okay. Okay, da habe ich halt die ganze Munition oder so ein Kram. Und die Karte? Unter Karte können Sie die Umgebungskarte einsehen und Benutzermarkierung setzen. Äh, Benutzermarkierung helfen Ihnen dabei, Ihr Ziel schneller zu erreichen. Bewegen Sie den Cursor dort hin, wo Sie eine Zielbenutzermarkierung setzen. Dann drücken Sie A. Okay. Ähm... Die Richtung und Ihre Entfernung zum Ziel können Sie auch außerhalb des Menüs an Orientierungshilfen ablesen. Kartensymbole... Ballon, Benutzermarkierung, Position, Altar, Geschäft, Restaurant, Koffer, Telefon. Okay. Ähm... Also wir sind hier. Da ist das Diner, das ist ja direkt nebenan. Da müssen wir nicht mal weit gehen. Äh, das Kühler soll hier unten irgendwo... Ah, hier, oder? Clarks Food Delivery Service, genau. Ähm... Was heißt wechseln? Ah, hier, Einstellungen, Diagramm. Was bringt das Diagramm? Ah, okay. Das, was unserer, äh... Im Hotel, im Hotelzimmer hängt. Handbuch brauche ich jetzt nicht. Spiel verlassen. Hauptmedien muss ich auch nicht machen. Okay. Aber da habe ich hier zumindest mal einen kurzen Einblick reinbekommen. Ähm... Ah, okay, da sehe ich sogar. Dann, da oben, Mission 4, muss ich in diese Richtung, die Metanzeige. Hier, das ist, das ist alles ganz cool. Ähm, wo ist denn... Oh, kann ich die Karte nicht schneller aufrufen? Oh! Skateboard! Ja, bevor wir durch Le Carré, ist das Skateboard. Äh, beschleunigen. Okay. Oh Gott, wie das hier ruckelt. Okay. Moment, was war jetzt nochmal beschleunigen? Bremsen. Puschen A, okay. Oh Gott, wie das hier ruckelt, ruckelt ist. Hey, Zach, it looks like we were right on the mic. Tracing the Saint Rouge distribution route. Let us right to Louisiana. We know what that means. We've got a hot hand. Lady Luck's given us far more favor than she ever has before. We just happened to hear news about Lisa's murder. Hey, you. Ja, krieg mal einfach das Kopfschmerzen. You ain't secretly cutting kids up and sticking them into jars while you work as an FBI agent on the surface, are you? Or using your FBI connections to sell kids to child trafficking organizations? I've arrested people who've done both, but I've never engaged in either of those activities myself. Of course, I have imagined doing such things in order to learn more about the psychology of the criminals I deal with. It was just a joke. Why are you getting all serious? And don't tell me what you imagine. Or else I'll get scared of you for real. Hey. Can I come with you? Okay. You signed a contract with me, remember? Aber der Contract ging nicht um. Do whatever you like. This is America, land of the free. But I have one condition. What condition? Don't ask me about Zach. Okay, erzähl hier auch noch über Zach. It's a private matter. Zach, it feels like she's carrying something with her. Kind of reminds me of you back when we first met. I can't leave her alone like this. You feel the same way, don't you? By the way, Patty. What do you usually do when you're at home? Is this an interrogation? Oh, no. I just figured that since we're working together now, it'd be a good idea to learn a little more about you. Should an adult male like you really be asking a little girl this kind of question? I feel like I heard a story about this sort of thing on the news once. There's a time and a place for everything. You know exactly who I am. And I've also introduced myself to your father. Besides, you're the one who said you wanted to come with me. I was just kidding. Jeez. You're an FBI special agent. Why would I ever need to worry? You shouldn't... Melvin called you a strange name. C-L-G, I think. What exactly does that mean? Clever little girl. That's what it stands for, it means. It's nice that he made up his own nickname for me and all, but... It sounds kind of weird. I wish he'd call me something normal. Like just Patricia or Patty, you know? Patty? Now that name's got a ring to it. I like it. How about Zach and I call you Patty from here on out? Do whatever you like. Weirdo. You're heading to the warehouse, right? You gonna go straight there? Well, I'm not sure yet. I'll have to talk to Zach. I'm also on a mission to fell 10 maintenance. I'm here to visit Alexis's diner in Lane. But we've only just arrived in this town, so it might be nice to stroll around a bit. What? I thought you came here to investigate. Patty, you're still just a child. Why do you worry so much? We're born to be free. And this is America, land of the free. You should always feel free to do whatever you want. Isn't that right, Zach? Maybe I shouldn't have come with you. I'm getting kind of nervous now. Casa Pineapple. Okay, ich werde jetzt an dieser Stelle mal speichern, liebe Zuschauer. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Und dann fahren wir zur Bowlingbahn. Und die Framerate in der Open World, das ist halt wirklich eine Katastrophe. Das kann man nicht anders sagen. Aber wir müssen damit leben und klarkommen. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei Deadly Premonition 2. Haut rein, bis dann. Euer Andi. Ciao. 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 Ciao.